willkommen koinor mix 2 eine kombination zweiteilig mit überbreitem longchair mix 2 heißt das modell von koinor aus der hausausstellung also genau das stück stand auf der hausausstellung mit tollen nähten wie dieser doppelnaht die die linienführung betont sehr soft gemacht und mit einer sitz tiefen verstellung ja auch hier alle teile haben eine sitz tiefen verstellung natürlich das longchair nicht weil hier brauche ich immer die tiefe aber das anbau sofa hat zweimal diesen hebel beschlagen normale sitz tiefe launching sitz tiefe launching tiefe lümmel sitz und doppeltes longchair für zwei zum leben in einem sehr schönen rot ton c flame ein family leder pflegeleicht ideal geeignet für männer und kinder für kleine schmutz finke und große koinor ein markenhersteller aus michelau in oberfranken das ist ein stück was wirklich für sie geeignet ist wenn sie was auffälliges wollen mit viel lümmel komfort und mit einer ganz klaren klassischen linie übrigens sie brauchen nicht einmal drei meter platz nämlich nur 295 mix 2 hausausstellung koinor schnappen sie zu und tschüss